ich habe eine kleine runde mit marcel gedreht ich hoffe ich bin nicht durchgefallen ein bisschen was drauf ein bisschen was hat glaube ich jeder drauf aber mehr geht auch bei jedem und weil mehr immer geht auch bei euch so wie bei uns auch deshalb stehen wir heute hier genau also die idee ist wir haben ein kleines projekt vorbereitet wir bringen euch fit durch den winter das projekt heißt ft plus also ft plus fdp wird verbessern da muss man auch ein bisschen was wir tun aber wenn man das unter anleitung eines diplom sportwissenschaftlers macht dann fühle ich mich auch so ein kleines bisschen sicherer dann werde ich vielleicht mal kapieren warum das was ich früher gemacht habe auch wirklich funktioniert habe ja das ist das glaube ich auch das was man heute kann früher hat man ausprobiert und es hat funktioniert das hat man mehr davon gemacht heute können wir erklären warum das funktioniert das finde ich spannend die kombination das hat theorie und praxis plus natürlich das was du an wissen einbringst in so ein projekt es geht darum euch schneller zu machen und ich glaube das geht mit einem praktiker noch mal deutlich besser ja ich glaube also weil radsport findet natürlich auch auf der straße statt oder halt auch radfahren im allgemeinen und deshalb geht es auch bald schon los nämlich am kommenden samstag den 24 oktober um 13 uhr und da gibt es unsere kick-off veranstaltung wenn man das so möchte infos dazu unter dem video wo genau das wird ein gruppen coaching sein und ja das wird den ganzen winter über laufen genau also 24 oktober 13 uhr geht es los wir machen eine online rollensession mit euch ihr könnt auch passiv einfach nur einschalten facebook live es wird die möglichkeit geben auch auf swift mitzufahren oder so das programm da geht ja alle infos von uns rechtzeitig noch zugestellt und dann erzählen wir euch was wir vorhaben aber so viel schon mal vorab projektstart ist erste november woche und damit man eben nicht eine katze trainingskatze im sack irgendwie erwerben muss der erste monat ist kostenfrei dann könnt ihr euch mal an das programm gewöhnen an die trainingspläne die dann über training peaks kommen werden und ja ich glaube vielleicht haben wir euch ein bisschen neugierig gemacht neugierig auf mehr genau schaltet ein erfahrt ihr mehr am 24 oktober wir freuen uns auf das training mit euch wenn es euch gefallen hat daumen hoch natürlich zwei daumen genau gerne teilen das video und weitersagen und dann bis das schon nächster samstag nächsten samstag ja so seid dabei also macht's gut und jetzt machen wir weiter jetzt fahren wir mal richtig so tschau hoffentlich gar nicht mithalten